Herzlich willkommen zu unserem MOOC, der sich mit Klimaneutralität in Unternehmen befasst. Mein Name ist Thomas Kienberger, ich bin Professor für Energieverbundtechnik an der Montan-Universität Leoben und in unserer Arbeit befassen wir uns mit der Transformation der Energiesysteme. Klimaneutrale Unternehmen sind ein wesentlicher Bestandteil eines zukünftigen Energiesystems und wir haben uns gedacht, wir gestalten einen MOOC, um genau dieses wichtige Thema entsprechend für Sie aufzubereiten. Zu Beginn von seinem MOOC, denken wir uns, macht es Sinn, einfach den Hintergrund ein bisschen darzulegen und das darf ich in diesem Video übernehmen. Warum geht es bei der Transformation der Energiesysteme? Es geht darum, wirklich einen Weg vom heutigen, sehr stark fossil geprägten Energiesystem in ein zukünftiges, nachhaltiges Energiesystem aufzuzeichnen. Warum müssen wir das überhaupt machen? Unser Energiesystem, so wie es heute ist, hat uns ja wirklich viele Vorteile gebracht seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben ja wirklich den Wohlstand auf der Welt durch, unter anderem, durch das Ausbeuten der fossilen Energiequellen massiv steigern können und jetzt müssen wir das ändern. Warum müssen wir das machen? Es geht nicht unbedingt um eine Rohstoffverfügbarkeit, sondern es geht um den Klimawandel. Um was geht es beim Klimawandel? Es geht um ein Zusammenspiel des natürlichen Treibhauseffekts mit anthropogenen Komponenten. Der natürliche Treibhauseffekt ist schon sehr lange bekannt. Kurzwelliges Sonnenlicht wird eingestrahlt, an der Landmasse und an den Meeren entsprechend gestreut, sodass langweilige Infrarotstrahlung entsteht, die dann wiederum von den Molekülen in der Atmosphäre, insbesondere vom CO2-Molekül, aufgenommen werden kann. Und aus diesen komplexen Prozessen ergibt sich dann die Erdmitteltemperatur und da merkt man natürlich, dass da was passiert. Wir sehen eben die entsprechenden Ereignisse, Wetterereignisse. Wir sehen, wie die Temperatur immer höher wird. Manche Politiker sagen, it will go away. Wissenschaftler sagen das schon lange nicht mehr. Warum trauen sie sich das zu sagen? Weil sie sich auf Fakten verlassen. Es gibt mittlerweile genügend Evidenz, die eben darlegt, dass der Klimawandel, den wir eben spüren, dass der eine starke menschengemachte Komponente hat, eine sogenannte anthropogene Komponente. Und von diesen Fakten möchte ich zwei plakative Fakten aufzeigen. Einerseits, was wir eben sehen, diesen massiven Temperaturanstieg. So etwas hat man in erdgeschichtlich relevanten Zeiten noch nie gesehen, dass eben dieser Gradient eben so hoch ist. Und ganz, ganz wesentlich aus meiner Sicht, heute ist es eben so, dass die Temperatur beziehungsweise der Temperaturanstieg auf einen CO2-Anstieg folgt. Und bisher haben wir das nicht gehabt in der Form, da war es umgekehrt. Da ist die Temperatur angestiegen, aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise durch verstärkte Sonnenaktivität. Und der CO2-Anstieg war dann eine Folge dieser höheren Erdmitteltemperatur. Jetzt, wie gesagt, ist es umgekehrt. Absehbare Folgen des Klimawandels, das ist das, was wir jeden Tag merken. Also Starkwetterereignisse, Dürreperioden, Überschwemmungen, im Winter Murren. Ja, das ist das, was jeden Tag in der Zeitung steht. Zu was führt das? In Wirklichkeit führt das zu höheren Klimafolgekosten. Und man muss sich überlegen, wenn man nichts dagegen tut, dann wird es immer schlimmer, wird es immer teurer. Und die Weltgemeinschaft wird natürlich immer stärker belastet durch diese Folgen. Und zu was führt das dann allalong? Dass unser Leben in Wohlstand, wie man es im Moment eben haben, in der Form nicht mehr möglich ist. Die junge Generation hat das sehr gut verstanden. Das sieht man an Initiativen, wie beispielsweise der Fridays for Future Bewegung. Was aus meiner Sicht der jungen Generation aber anzubieten ist und was man ihnen aufzeigen muss, ist wirklich, wie man eben dem Klimawandel begegnen kann. Und wir Techniker, ich denke, wir können ganz, ganz gute Lösungen eben aufzeigen. Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Zukunft, auf dem Weg in eine lebenswerte, in eine zukunftswerte, ja, nachhaltige Zukunft. Ja, und um was geht es da? Ganz im Wesentlichen, ganz im Wesentlichen geht es um Maßnahmen zur Energieeffizienz und eben Maßnahmen zur Erhöhung des erneuerbaren Anteils. Vielleicht in dem Zusammenhang sollte man sich noch Gedanken machen, woher kommen die relevanten Treibhausemissionen? Die kommen zu rund 75 Prozent aus der Verwendung von fossilen Energieträgern. Und zwar von diesen 75 Prozent zu ungefähr gleichen Teilen aus den Haushalten, aus dem Verkehr und eben der Industrie. Und wenn man sich jetzt überlegt, der Sektor Industrie, da ist auch ein sehr, sehr großes Potenzial und mit dem wollen wir uns eben befassen in diesem MOOC. Wie sieht die Situation konkret in Österreich aus? In Österreich ist es so, dass wir einen Primärenergieeinsatz von rund 400 Terawattstunden haben. Davon ist heute bereits ein Drittel aus erneuerbaren Energieträgern bereitgestellt. In Zukunft wollen wir das ausbauen, aber es ist klar zu sagen, unsere Potenziale werden nicht ausreichend, um uns vollständig versorgen zu können. Das heißt, wir müssen auch den zweiten Weg ganz, ganz stark gehen, den Weg der Effizienz. Und da ist wiederum die Industrie sehr stark gefragt. Aber das schauen wir uns im zweiten Video an. Das heißt, wir müssen uns im zweiten Video anbauen, um uns im zweiten Video anbauen, um uns im zweiten Video anbauen,